ja hallo herzlich willkommen wieder beim adeptus stammtisch heute gibt es ein kleines adeptus titanicus update denn ich wurde schon darauf angesprochen weil viele bei uns im verein jetzt neu mit adeptus titanicus anfangen und ich habe mir gedacht weil wir ja auch titanicus auf unserem kanal deutlich mehr noch behandeln wollen dass ich mal ein kleines update dazu mache wie man denn die titanen magnetisiert denn ich habe jetzt fast alle einmal durch magnetisiert es fehlt jetzt noch der warlord titan der ist leider immer noch im zoll ihr wisst ja durch die podcast und so weiter dass wir den warlord titan und die starter box von at in bei beim games island für den gutschein bestellt haben und ich hatte gestern noch mal mit war gestern mit denen in kontakt getreten und es liegt leider immer noch beim zoll die können da absolut nichts für deswegen nehme ich sie noch nicht übel es ist halt nur ärgerlich dass wir so lange auf den auf den zoll warten müssen aber die jungs und mädels sind alle überfordert dementsprechend der warlord titan und der war master titan der kommt jetzt auch in den tagen bei mir an werden noch mal folgen mit einem eigenen video aber ich habe mir gedacht ich mache zu diesen hier zumindest schon mal eins weil die da weiß ich halt schon ganz genau was ich da gemacht habe und so weiter dementsprechend würde ich jetzt einfach mal von klein nach groß wechseln haben wir hier die warhound titans ihr seht sie das ist wirklich coole modelle die sind zum bauen auch sehr einfach das war eine stunde vielleicht zwei für beide und bei denen ist es ganz wichtig die sind relativ leicht zu magnetisieren ich wollte es mal hier ein bisschen näher ran ihr seht hier oben in dieser molde der ist die waffe wird so gebaut dass ihr diese molde hier schon drin hat normalerweise ist an dem arm vom warhound titan wo ich jetzt hier den magneten dran geklebt habe ist man kann es erkennen eine kugel ein kugelgelenk da wird es festgeklebt dieses kugelgelenk müsst ihr runterschleifen für den magneten damit es gerade wird ich habe so die erfahrung gemacht mit meinen beiden so um die 0,1 bis 0,2 millimeter schleift die die runter damit es eine schöne gerade fläche ist und damit da noch genug platz ist dass wenn die waffe angeklebt wird man den magneten nicht sieht oder fast nicht sieht weil sonst finde ich das finde ich immer ein bisschen doof wenn man das sieht beim river sehen wir es nämlich gleich auch das gleiche halt auch mit der anderen waffe hier sehen wir es auch noch mal sehr gut dass die magneten da das sind übrigens fünf mal eins magneten wenn ihr mit titanicus anfangen würde ich euch gleich empfehlen eine ganze stange davon zu kaufen ich glaube ich hatte jetzt 50 bestellt und habe auch von denen schon so mindestens 30 verbaut der rest wird wahrscheinlich noch in den waller titan gehen aber die kriegt ihr ja auch bei jedem möglichen händler dementsprechend ist das nicht ganz so entscheidend auf jeden fall braucht ihr am meisten die 5x1 magneten die passen fast überall rein ich werde euch gleich auch noch zeigen wo die überall rein kommen können und für den war master titan ganz ganz wichtig der ist etwas größer der war master titan braucht sechs mal eins magneten aber bei dem wie gesagt kommt dann noch mal ein eigenes video wie das passiert und wie das gemacht wird es ist tatsächlich gar nicht so schwierig bei dem wichtig ist für leute die jetzt ich weiß viele leute haben schon mal magnetisieren die welt sagen oh gott warum erzählst du das jetzt doch völlig egal aber vielleicht für die leute die für ich wie ich hier mit mit dem magnetisieren angefangen haben merkt euch die polarisation der magneten das ist ganz wichtig denn es ist schon nicht schlecht wenn man halt die waffen die eigentlich für einen gedacht sind dass man zum beispiel hier mit doppel plasma kanone spielen kann oder was weiß ich mit doppel flammen werfer oder wir sehen es hier die anderen waffen noch hammer die inferno kanone und einmal der laser blaster achtet auf die polarisation mein tipp ist es wirklich magnetisiert die waffen zumindest bei den titanen voll durch denn im spiel messt ihr von den waffen auch sichtlinien und wenn ihr waffen prox kleines beispiel vielleicht hier mit dem sturmbeulter zur laser kanone die laser kanone ist deutlich länger in dem bier und brezelspiel wird euch da vielleicht niemand für verurteilen aber ich finde man sollte immer mit so viel fairness spielen wie nur irgend möglich dementsprechend es ist ja wirklich kein aufwand weil die waffe ist ja geprägt und diese runterschleifen mit ein bisschen schleifpapier oder mit einer pfeile dauert vier minuten pro titan vielleicht und dementsprechend macht es einfach es ist wirklich nicht schwer dann was es noch zu den titanen zu sagen gibt es gibt frei verfügbar im internet ich habe es jetzt leider hier in durchsichtig gedruckt ich dödel es gibt ein kit wo man alternative köpfe und symbole für die titanen drucken kann man erkennt das jetzt hier leider super schlecht aber ich werde das auch noch mal verlinken in der in der video beschreibung das ist ein kornkopf für den warhound titan man sieht hier vorne noch so eine kleine gatling raus gucken was ich schon mal sehr cool finde und an und für sich das ist auch so ein hundekopf mit hier oben mit mit dicken platten drauf und so weiter das sieht sehr cool aus das andere was da noch mit drin ist man sieht es beim river titan ist dieser nörgel kopf hier mit dem mit diesem schlund mit den augen mit der zunge drin den gibt es auch in verschiedenen editionen noch in diesem set wie gesagt dass das verlinke ich euch noch und es gibt zum beispiel auch viele nörgel ikonen und sowas die man an die an die titanen kleben kann vielleicht beim warhound noch mal kurz zurück wir haben hier das carapace oben noch die 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 alternativen rüstung denn in jedem adeptus titanicus bausatz gibt es eine eine verräter platte die ich jetzt drauf habe mit dem auge von horus es gibt eine loyalisten platte das ist diese hier und es gibt eine neutralere dass es die falls man auch die adeptus mechanikus legionen spielen will weil die sind auch mit regeln ausgestattet tatsächlich und die haben noch zum teilweise teilweise noch eigene platten aber die sind immer mit bei also ihr habt in jedem bausatz immer alle drei versionen drin dementsprechend geht meistens auch immer ein ganzes brew für die ganzen platten drauf hier wenn ihr das ding umdreht seht ihr schon der ist innen halbwegs hohl wenn ihr das hier in der mitte ein bisschen runter schleift dann könnt ihr da auch einen fünf mal eins magneten wieder einsetzen und um der die die das der rücken vom warhorn titan hier hat auch eine offene stelle da könnt ihr auch den magneten einsetzen also wenn ihr auch noch die die platten alle aus magnetisieren wollt das geht bei denen hier unten nicht ganz so leicht da weiß ich jetzt auch nicht ob man das irgendwie hinkriegt aber da gibt es bestimmt ein paar leute die das besser können als ich dass hier die auch magnetisieren könnt aber wenn ihr das halt nicht magnetisieren wollt und da neutraleres habt dann nehmt halt einfach diese hier den ich hier rechts habe weil das leid einfach die neutralen und davon habt ihr auch welche drin und dann nehmt ihr halt nicht hier wie ich spiele halt nur verräter dann könnt ihr auch die chaos sacken weglassen dementsprechend das ist wirklich super einfach kommen wir zum river titan beim river titan habt ihr so ein seltsames handgelenk hier oder so ein seltsames armgelenk dieses armgelenk ist normalerweise unten mit einem kleinen noopsie versehen diesen noopsie könnt ihr einfach weg schneiden mit einem mit einem skypell und dann ist diese diese auflage man sieht es hier dann ist diese auflage glatt und die könnten magneten auch fünf mal eins einfach dagegen kleben ihr müsst aber aufpassen dass die diese armen joints oder diese diese armen gelenke hier möglichst gerade drin kleben das sieht ein bisschen seltsam aus weil die waffen dann schräg sind da dran aber das erleichtert euch das dass ihr auch alle waffen anbringen könnt und vor allem dass die waffen sich zum großteil noch bewegen lassen das gleiche hier mit der laser kanone eben auf der anderen seite auch hier würde ich euch empfehlen achtet auf die polarität denn es ist ein bisschen blöd tatsächlich es gibt ja für den river auch nahkampfwaffen und die nahkampfwaffen haben ein anderes handgelenk hier oben das kann man auch magnetisieren habe ich gesehen ich war nur zu blöd dafür dementsprechend würde ich da an eurer stelle noch mal kleinere magneten ich meine das waren drei mal eins magneten die kommen dann hier oben ins schultergelenk noch rein weil ihr habt hier oben ihr seht diese drei platten wahrscheinlich hier oben habt ihr eine ja eine aus eine aushüllung quasi wo ein magnet reinpasst das hier ist der trainer dazwischen und hier drin könnt ihr da könnt ihr auch noch magneten einsetzen und da könnte man zur not noch von den nahkampfwaffen das gelenk noch mit einsetzen habe ich jetzt nicht gemacht weil ich den river titan eigentlich auch nicht mehr nachkampfwaffen spielen will dementsprechend war mir das egal aber zumindest diesen hier den fernkampfwaffen würde ich immer magnetisieren genauso hier oben da sieht man nämlich auch ganz gut diese vor prägung die die fünf figuren fast alle haben die sind schon von games workshops so vorgeprägt die habe ich jetzt nicht selber gebohrt da kommt einfach der magnet rein mit der richtigen polarisierung und das gleiche sehen wir auch auf der rückseite der waffe auch da ist diese vor prägung schon mit drin und dementsprechend kann man auch die carapace waffen easy wieder reinsetzen und auch austauschen ja vielleicht beim river titan auch noch mal wie die alternativen rüstungsteile wir haben hier wieder das loyalisten die dass das carapace panzerstück und beim river titan habt ihr hier diesen kranz das ist der wo hier oben dann die waffe dran ist aber ihr könnt wie ihr seht hier schon das ist noch ein bisschen platz und diese balken hier sind nur das was in den titanen slot geschoben werden also ihr könnt hier ohne probleme entschuldigung das war ich gegen die kamera könnt ihr eine magneten einsetzen und die damit auch magnetisieren wer das unbedingt machen möchte das ist tatsächlich hier super easy und kostet auch keine wirklich zeit zur schulter das ist hier jetzt das normale schulter stück dass das neutrale wo einfach das titanic symbol drauf ist ihr seht hier auf der rückseite diesen nupsi da drin den müsst ihr einfach raus knipsen oder runter feilen dann ist dieser slot genau groß genug für einen 5x1 magneten und dieser 5x1 magnet passt auch genau hier man sieht es hier noch so ein bisschen da passt genau hier oben rein dass ihr auch hier oben die schulterplatten magnetisieren könnt wer das mag wer das mag also ich habe sie sich gemacht weil ich wie gesagt sowieso neue retiker spiele aber es gibt ja vielleicht leute von euch die das interessiert dementsprechend habt ihr es da dann der war bringer nemesis titan bei dem ist es tatsächlich super ideen zu magnetisieren nur ich habe leider einen großen fehler gemacht den werde ich euch noch gleich zeigen das wichtigste ist einigen von euch wird aufgefallen sind der kann ja gar keine melderkanone spielen nein die melderkanone ist vom river titan nämlich die waffen vom war bringer und vom river titan sind dieselben man sieht es hier die haben die gleiche große öffnung wo die magnete reinkommen dementsprechend könnt ihr die waffen sogar mit den schläuchen hier hinten fast austauschen das heißt wenn ihr bereits einen voll magnetisierten river titan habt habt ihr auch die ganzen waffen vom river titan für den nemesis titan magnetisiert und könnt ihr beliebig austauschen das heißt da müsst ihr keine extra waffen kaufen denn der nemesis titan kommt nur mit einem bestimmten waffen loadout das ist hier zum einen die bellicosa kanone das ist die wo ich einen fehler gemacht habe und das ist der laser blaster den ich jetzt hier gerade am river titan dran habe zack eingehakt und oben natürlich die quake cannon wie gesagt magnetisiert die dinger dann habt ihr die waffen gleich austauschbar und könnt die river waffen auch am nemesis titan benutzen und dementsprechend ist es dann leichter für euch auch die waffen einfach zu spielen alle vom nemesis was ich auch gemacht habe ist ich habe hier oben die die flaggeschütze magnetisiert weil ich mir nicht sicher war ob es da noch andere waffen gibt auch hier ist das wieder vorgeprägt dementsprechend glaube ich da wird noch was kommen auch fünf mal eins einfach ein achtet auf die polarität dann könnt ihr die flaggeschütze da einsetzen ich habe jetzt auch schon gesehen das sind dieselben schütze die offenbar master titan drauf sind dementsprechend könnt ihr die da auch einsetzen und die große quake cannon ist sowieso zum stecken dementsprechend braucht ihr euch da keine sorgen machen es gibt von fortschritt eine andere waffe ich weiß gerade nicht wie sie heißt aber auch die ist zum stecken dementsprechend braucht ihr das nicht mal magnetisieren weil wenn ihr die die sachen grundiert dann sitzt hier wirklich bombenfest und da passiert nichts ja bei dem zu magnetisieren tatsächlich ist gar nicht so drin weil hier gibt es nur ganz ganz kleine klebeflächen wo die schulterplatten oder die panzerplatten drauf müssen was man magnetisieren kann ist der kopf es gibt zwar verschiedene kopf varianten die man einbauen kann habe ich jetzt nicht gemacht weil das finde ich käse aber tatsächlich die panzerplatten sind auch wieder mehrmals bei aber magnetisieren ist bei denen nicht weil die haben wirklich ganz ganz kleine klebestellen dementsprechend baut den titan wirklich so wie ihn haben wollt aber die der unterscheidet sich marginal also hier ist die zeit das zeichen von horus drauf und die anderen platten haben hier dass das wappen von von der legion titanikus drauf die sind halt neutral also wenn ihr wisst dass ihr wechseln wollt dann nimmt aber die anderen panzerplatten dementsprechend seid ihr damit auch abgesichert das war das video von adeptus oder das war dieser magnetisierung skype für adeptus titanikus ihr seht es ist nicht ganz so schwer viele wie gesagt werden auch sagen das kann ja jeder für mich mal markt die magnetisieren neu und als ich das regelbuch gelesen hatte wusste ich so ok ja scheiße vielleicht solltest du doch mal analysieren und das ist tatsächlich schwer es macht wirklich spaß sich damit auseinanderzusetzen die zu magnetisieren und ich werde auch in zukunft weiter magnetisieren und das video vom war master titan wird jetzt auch in den nächsten tagen folgen sobald er bei mir gelandet ist und ich den zusammengebaut habe denn der wird auch magnete brauchen wie gesagt wenn ihr jetzt schon dabei seid für den zu planen ihr braucht 6 x 1 magneten so um die zehn stück je nachdem was ihr alles magnetisiert und dann seid ihr ready to go für den war master titan und beim warlord hoffen wir dass er noch dieses jahr ankommt in dem sinne würde ich sagen danke fürs zuschauen wenn euch das video gefallen hat lasst doch gerne einen kommentar da wenn er nett ist gibt uns kontrakt konstruktives feedback und ja abonniert den channel wir haben schöne neue projekte in arbeit und erzählt eure schwiegermutter von uns und ja dementsprechend unsere üblichen worte tschö mit öl ciao mit v und bei mit ei